Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Bero Bass Amigo Bero Bass bildete gemeinsam mit seinem langjährigen Freund OJ Kingpin das Rap-Duo La Honda. Jetzt tritt der Kölner wieder als Solo-Künstler in Erscheinung. Sein letztes Album, Animal, erschien im April 2015 und liegt somit schon mehr als vier Jahre zurück. Nun kommt mit Amigo sein viertes Solo-Album. Amigo beinhaltet zehn Tracks, Features kommen unter anderem von Casey Rebel, Manuelsen und PA Sports. Das Album kommt über Sonic Revolution und erscheint als CD. Oleg Sash, Augen Husky Das letzte Release war das Mixtape Authentic Athletic 2, welches im November 2018 erschien. Nach knapp einem Jahr bringt der Darmstädter nun sein fünftes Solo-Album. Augen Husky kommt mit 18 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Cool Savage, JLo & Abdi und Xavier Naidoo. Das Album kommt über 385 Ideal und erscheint als CD und auch als Box. Loredana, King Lori Keine Frau mischt die deutsche Landschaft aktuell so auf wie Loredana. Die Schweizerin trat im Juni 2018 durch ihre Single Sonnenbrille erstmals in Erscheinung. Jetzt ist es an der Zeit für ihr Debütalbum. King Lori zählt zwölf Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Mero und Mosik. Das Album kommt über Loredana und erscheint als CD und auch als Box. Trettmann, Trettmann Wenn ein Rapper neben Raph & Bones Dancehall in Deutschland etabliert hat, dann ist es Trettmann. Sein letztes Album, DIY, erschien 2017 und wurde von zahlreichen Medien zum Album des Jahres gewählt. Nun kommt der Chemnitzer mit seinem dritten Solo-Album. Trettmann kommt mit elf Tracks, Features kommen unter anderem von Chases. Das Album kommt über Soulforce Records und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Kill Is More – Voice of Peace EP Der Österreicher Kill Is More ist einer der bekanntesten Vertreter des Truth Rap. Seine Musik handelt hauptsächlich von gesellschaftlichen und politischen Themen. Sein letztes Album, Alchemist, erschien im Juni 2017. Nach mehr als zwei Jahren legt der Wiener nun mit einer EP nach. Voice of Peace kommt mit sieben Tracks und beinhaltet Features von Morgaine und Aeon. Die EP kommt über digitale Dissidenz und erscheint als CD und auch als Bundle. XY Records – XY Sampler Im Jahr 2018 gründete AK Außer Kontrolle das Label XY Records. Nachdem schon sein letztes Album XY über das Label erschien, kommt nun der erste Label Sampler. Neben AK Außer Kontrolle stehen noch drei weitere Rapper bei dem Label unter Vertrag, welche auf dem Sampler zu hören sein werden. XY Sampler kommt mit zwölf Tracks und beinhaltet keinerlei Features. Das Album kommt über XY Records und erscheint als CD. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.